Welches Format aus den 40 Jahren privater Rundfunk würden Sie denn noch einmal aufleben lassen? Ja, das ist eine schöne Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich eins wieder aufleben lassen würde, weil meistens sind sie in der Erinnerung dann viel schöner, als wenn man sie wieder aufleben lässt. Boah, ich glaube tatsächlich, dass die Formate, die wir noch mal sehen wollten, die haben wir noch mal rausgeholt und noch mal aufgearbeitet. Da fällt mir eigentlich jetzt kein Neues wirklich ein. Talk im Turm fand ich gut, tatsächlich. Als jugendlicher bzw. junger Erwachsener liebte ich das Glücksrad, wo die dann irgendwie in so einer großen Scheibe drehten und am Ende an der Wand wurden Buchstaben rumgedreht und irgendwann konnte man dann die Worte erraten. Und ich habe tatsächlich zu Hause gesessen und immer versucht, dieses Wort möglichst vor den Kandidaten rauszufinden. Was ist Ihre Lieblings-TV-Werbung? Ich mag all die Werbung, die sich daran hält, Kinder und Jugendliche zu schützen, die überhaupt gekennzeichnet wird. Also da spricht ganz die Reguliererin aus mir heraus. Ich habe da keine Markenvorliebe, sondern mir ist vor allen Dingen wichtig, dass es a Werbung gibt, damit die Kommerziellen ihr Geld verdienen können und b, dass sie dann aber ordentlich gekennzeichnet ist, damit alle Bescheid wissen, okay, jetzt habe ich es mit Werbung zu tun und nicht mit einem redaktionellen oder journalistischen Inhalt. Ja, also ich finde, ich kann es abstrakt beantworten, ich mag TV-Werbungen, bei der sozusagen der Spot dann nach zwei oder drei anderen Spots nochmal fortgesetzt wird. Also wenn sozusagen der jeweilige Witz oder das, was die Geschichte erzählen will, sozusagen dann nochmal auftaucht, das finde ich, das macht Spaß. Ja, immer die, die meine Kinder schon mitsprechen können, weil ich da immer total lachen muss, wenn die die ganzen Texte schon auswendig können. Es gibt, da habe ich gerade neulich davon erzählt, von der Werbung, das war, wenn ich nicht ihre Becks-Werbung, mit dem Segelschiff, das war so ganz grün, das war meine Lieblingswerbung, was allerdings auch daran liegt, dass als dieser, ich habe damals für ein Fachmedium gearbeitet, das auch über die Werbebranche berichtet hat und Marketing und ich hatte die Gelegenheit, damals Joel Cocker zu treffen und auch das Konzert mitzuerleben. Und danach hat Rod Stewart noch ein Konzert gegeben und da blieb ich dann auch noch. Und diese Sail Away Werbung, die, da denke ich immer gerne zurück, aber genau auch aus diesem Grund, die war nicht bloß gut, sondern der Song war gut. Und für mich ist eine Geschichte dahinter, damit verbunden, an die ich sehr gerne mich erinnere. Nein, ich habe nur eine Lieblingsradio-Werbung und die heißt Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf.